Ein Video von dir übersetzen mit deiner Stimme und mit synchronisierten Lippenbewegungen, das ist möglich mit HeyGen und das spielen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Ich bin eingeloggt in meinem HeyGen-Account und im Home-Bereich findet man jetzt Video Translation. Früher war das im Labs-Bereich, jetzt ist es hier zu finden auf Home. Und weiter. Hier habe ich die Möglichkeit jetzt ein Video von YouTube oder auch ein eigenes Video hochzuladen. Ich wähle Upload Video. Dazu mache ich jetzt ein kleines Video. Du kannst zum Beispiel deine Freunde einladen zum Grillabend oder sonst für irgendeinen Zweck ein übersetztes Video nutzen. Ich habe in 30 Sekunden Spanisch gelernt. Wie cool ist das? Jetzt kann ich auf Spanisch sprechen über Rotweine, über mein Essen und die besten Rezepte. Okay, mein kleines Video. Ich lade das Video also hier hoch und Create New Translation. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Doch recht viele. Ich könnte also das Video in Afrikaans übersetzen, Arabisch und so weiter und so fort. Englisch, Finnisch, wirklich sehr, sehr viel. Und ich will jetzt Spanisch. Kann ich ein bisschen abschätzen, ob das stimmt. German, Number of Speakers, Auto Detect, Infirm Submission. Jetzt ist das hochgeladen und 1% ready. Da skippen wir ein bisschen. So, jetzt wurde das fertig gerechnet. Schauen wir mal an. Beziehungsweise ich downloade das. Und so schaut das aus. Hey Jen hat auch sehr viele andere Funktionen, die ich dir in anderen Videos vorstelle. Einige davon. Und es gibt ein Free Account. Du kannst es kostenlos nutzen. Aber oft musst du dann hinten anstehen und es geht sehr, sehr lange, bis deine Videos gerendert sind. Und wenn du da ein bisschen schneller vorwärts kommen willst, dann gibt es verschiedene Pricing-Stufen. Creator Account wäre die nächste Stufe. Das kostet um die 25 oder 20 Franken im Monat. Das sind wahrscheinlich 25 Euro oder so im Monat. Und kannst du auch nur für einen Monat buchen. und deine Videos so produzieren. Du erhältst 15 Credits. Das reicht für etliche Kurzvideos. Und kannst das Abo dann wieder stoppen. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch. Und wenn du interessiert bist an Automationen und wie Automationstools dir heute helfen können, dein Leben ein bisschen leichter zu machen, dann schau dieses Video, das hier irgendwo eingeblendet wird. Als nächstes. See you soon. Bye bye.